Hey, ist das der Neue? Hey, das ist Easy Day. Guter Mann, Ex-Special Forces. Hey, Barney. Hey, Easy. Ist das unser Schafschützer? Keine Sorge, Mann. Ich hab das Zielfernrohr auf Rezept. Was? Ach, Adlerauge, merkt ihr das Gesicht? Nicht versehentlich drauf schießen. Mach dir keine Gedanken über mich. Wer ist denn das da? Kumpel, du wirst alt. Der kommt von dir, das ist Galgos Sohn. Ich hab die guten Augen, das Herz und den Sexualtrieb meines Vaters. Aber der labert doch nicht so viel wie sein Vater. Sogar noch mehr. Nein. Doppelt so viel. Das wird eine lange Reise. Ich bin Galan. Soll das was bedeuten, Mann? Das soll ein bisschen was bedeuten. Na schön, Schluss mit dem Blödsinn. Alle mal aufpassen. Wer ist der Schnellse? Sein Name ist Marsh. Hab ein paar Aufträge für ihn erledigt, bevor wir uns könnten. Erst bei der CIA. Hey, Barney, wie geht's dir? Wie geht's dir, Marsh? Alles senkrecht? Hin und wieder noch. Willkommen im Club. Ich will da gerne mit Ihnen plaudern, aber es gibt eine äußerst dringliche Angelegenheit. Hier haben wir Suherato Ramat, ehemaliger britischer Staatsbürger, jetzt Waffenhändler. Hat eine Privatarmee, wurde angeheuert für einen äußerst gefährlichen Kunden, einige Zünder für Atomsprengköpfe zu stehlen. Gerüchten zufolge heißt dieser Kunde Ocelot. Und falls Ocelot diese Zünder in die Hände kriegt, hat er vor, sie einzusetzen, um eine internationale Krise auszulösen. Das müssen wir verhindern. Und da kommen Sie ins Spiel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben mich eineinig Helle über die Lemarketz Kirche.